Hallo Leute, ich bin der Genkiller und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dem heutigen Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr euch Embleme für Battlefield 1 oder Battlefield 4, wie ihr auch immer, machen könnt. Dafür bin ich einfach auf emblemsbf.com gegangen. Ihr könnt auch einfach googeln nach Battlefield Emblem und dann werdet ihr euch jede Menge Seiten finden. Ich habe jetzt die Seite, die habe ich glaube ich von damals noch von Battlefield 4, habe ich glaube ich schon mal ein Video zu dieser Seite gemacht. Aber ich wollte mal ein aktuelles zu Battlefield 1 machen. Seid ihr jetzt auf dieser Seite hier angekommen, dann könnt ihr hier oben ein eigenes Emblem hinzufügen. Ihr könnt euch die Top angucken. Orders, ich weiß gar nicht, das ist irgendwie so ein Diskussionsforum, keine Ahnung, habe ich mich jetzt nicht beschäftigt. Editor, habt ihr einen ganz normalen Editor, wo ihr das wieder machen könnt. Und bei Pixels, keine Ahnung, komme ich zu irgendeinem Seitenladefehler. Wie auch immer, wir gehen auf die Startseite und hier könnt ihr dann zum Beispiel Premium ein- und ausschalten. Dann seht ihr, die Premium-Sachen werden ausgegraut. Ihr könnt auch gucken, hier unten links steht Premium, bei manchen Sachen steht das nicht dabei. Es wird trotzdem ausgegraut, also wenn ihr kein Premium haben solltet, würde ich euch empfehlen, den Haken da rauszunehmen. Dann der nächste Filter ist ein Farbfilter. Ihr könnt zum Beispiel nur schwarze Embleme, also die relativ viel schwarz beinhalten, machen. Das Ganze könnt ihr dann natürlich auch mit anderen Farben machen, die hier zur Verfügung stehen. Meine Augen tun weh. Wir machen mal wieder alle Farben und dann zum Schluss, es ist nach Datum sortiert. Ihr könnt halt nach Stimmen sortieren, was halt die meisten Stimmen bekommen hat. Das sind glaube ich diese Herzen hier. Und dann könnt ihr noch Verwendungen, welche am meisten verwendet werden, sortieren. Wir gehen jetzt einfach mal in die Top und, okay, da waren wir gerade schon. Wir suchen uns, Moment, wer hat noch gerade, okay, nochmal, wir gehen nochmal in Top. So, dann sieht man hier halt noch Top of the Day. Das sind gerade die aktuellen, die heute, deswegen Top of the Day. Okay, Top of the Week, ich habe jetzt leider keinen Account, dass ich dieses Bild hier runterwoten kann. Oder kann man überhaupt runterwoten, das kann ich euch gar nicht sagen. Dann noch Top of All Time und da sehe ich doch schon direkt diesen Tiger, der mir doch ins Gesicht lächelt. Und hier kann man dann gucken, kopieren für Battlefield 1 oder für Battlefield 4 oder Hardline. Wir wollen es für Battlefield 1 kopieren. Das Ganze funktioniert übrigens auf PC, Playstation und Xbox. Könnt ihr das hier über die App machen. Dafür gehen wir dann jetzt einfach auf Battlefield.com. Warten, bis die Seite geladen wird, warum auch immer der jetzt YouTube unten angeblich geladen hat. So, sind wir jetzt auf diese Seite angekommen, könnt ihr euch hier oben anmelden. Und dann, wenn ihr angemeldet seid, geht man hier oben auf Karriere. Wartet dann wieder, bis die Seite geladen ist. Und dort könnt ihr auch eure ganzen Statistiken angucken. Hier könnt ihr mal meine sehen. Ich habe 5 Sprengs, Siege, so und so viele Kills, Zeit, blablabla, bin Level 50. Aber das Ganze vielleicht mal in einem anderen Video, falls es euch interessiert. Dann geht ihr hier oben auf, ich mache mal einen Rechtsklick, damit man es besser sieht, Emblem erstellen. Und drückt dann auf dieses Pluszeichen. Jetzt müsst ihr nur noch die F12-Taste drücken auf eurem Keyboard oder auf eurer Tastatur. Geht dann hier auf den Reiter Konsole. Sollte eigentlich standardmäßig schon aktiviert sein. Jetzt müsst ihr das hier einfügen. Es kann sein, dass ihr so eine Meldung bekommt. Ich habe das Video gerade eben nochmal aufgenommen. Habe aber ein bisschen übersteuert. Ich hoffe mal, jetzt übersteuere ich nicht so sehr. Dann müsst ihr einfach in die Konsole, was war das? Ich glaube, Einfügen, Erlauben drücken und dann die Enter-Taste drücken. Und dann müsst ihr das Ganze nochmal einfügen. Ihr müsst einfach das einfügen, was da auf jeden Fall steht. Und das haben wir uns ja gerade hier aus bf-emblems-sbf.com haben wir uns ja hier gerade den Code kopiert. Den fügen wir dann jetzt hier in diese Konsole ein und drücken Enter. Anschließend wird diese Seite nochmal neu geladen. Wir können schon mal mit F12 die Konsole schließen und warten, bis die Seite geladen ist. Und dann sollte man jetzt in diesem Emblemfeld den Tiger, glaube ich war das, genau. Den Tiger, den könnt ihr jetzt hier sehen. Das Ganze speichert man hier oben rechts in der Ecke auf diesem Haken. Ein bisschen schwer zu finden zum Teil. Und den nehme ich auch gerade. Ich habe aktuell den Playstation-Controller-Button hier gehabt, aber den Tiger, den finde ich gut. Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, das habe ich, glaube ich, bei dem aktuellen gesehen. Moment, Datum. Hier zum Beispiel bei dem Renegal, glaube ich, ist das von Pain. Da könnt ihr einfach auf Klick Import drücken. Und dann werdet ihr es automatisch schon zur Battlefield-Seite weitergeleitet. Und dort müsst ihr einfach nur Add to Gallery drücken. Und schon habt ihr den in eurer Galerie drin. Ja, ich hoffe mal, ich konnte euch weiterhelfen. Ihr konntet ein paar geile Embleme finden. Die Embleme werden, lass mich überlegen, wo werden sie überall angezeigt? In eurem Squad werden sie angezeigt. Das heißt, wenn ihr mit eurem Squad beitritt, sieht man links immer entweder so ein Auge, glaube ich, wenn der kein Emblem hat oder irgendwie so einen runden Kreis. Ansonsten sieht man halt immer das Emblem. Wenn ihr in einem Panzer spawnt, ich weiß gar nicht, ob ihr, wenn ihr auch einsteigt, sieht man das in der Regel an der Seite. Und da aber halt allgemein bei Fahrzeugen, bei so einem Motorrad oder, ähm, was gibt es da noch? Mir fällt gerade nur Motorrad oder Panzer ein. Da gibt es halt auf der Seite oder dieses Auto mit dem Geschütz oben drauf. Dann wird halt in der Seite euer Emblem angezeigt. Und, ähm, es gibt auch ein paar lustige Embleme, zum Beispiel, ähm, mit so einem, wie war das, so einem Pfeil nach oben und dann steht irgendwie Lächeln fürs Foto oder sowas oder der Blitz kommt gleich und dann, wenn man halt das Rohr dahin dreht, dann sieht das so aus, als ob das halt ein Foto wäre, wenn, äh, der Panzer ihn abschießt. Ähm, könnt ihr mal gucken, ob ihr ein paar geile, lustige Embleme findet. Könnt ihr ja mal in die Kommentare unten posten. Und ansonsten hoffe ich mal, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!